Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 28. Februar 1933. Heute vor 90 Jahren ging Berthold Brecht ins Exil. Ein Beitrag von Eva Pfister. Schlage kein Nagel in die Wand, wirf den Rock auf den Stuhl. Warum vorsorgen für vier Tage? Du kehrst morgen zurück. Gedanken über die Dauer des Exils hat Berthold Brecht dieses Gedicht benannt. Da ahnte er schon, dass es nicht so kurz wären würde. Als am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, bereitete der als Marxist bekannte Autor die Flucht für sich und seine Familie vor. Seine Frau, Helene Weigel, war nicht nur als Jüdin besonders gefährdet. Sie hatte noch 1932 in Berlin das Lob des Kommunismus gesungen, in Brechts Lehrstück Die Mutter. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht. Nachdem Mitte Februar in Erfurt eine Vorstellung von Brechts Lehrstück Die Maßnahme von der Polizei abgebrochen wurde, brachten Brecht und Weigel zunächst ihre Kinder bei Verwandten unter. Ihre eigene Flucht verzögerte sich, weil der Schriftsteller sich einen Bruch operieren lassen musste. Aber als am 27. Februar 1933 der Reichstag brannte, übernachteten sie bereits nicht mehr in ihrer Wohnung. Hitler hatte noch in der Nacht verlautbaren lassen, Am 28. Februar 1933 fuhr das Ehepaar mit dem Zug über Prag nach Wien, wo es bei Helene Weigels Eltern Zuflucht fand. Bald kamen auch die Kinder nach. Bereits im März reiste Brecht weiter, in den Schweizer Kanton Tessin. Dort hielt sich die lungenkranke Margarete Steffin, seine Mitarbeiterin und Geliebte, zur Kur auf. Weigel und die Kinder folgten. Aber Berthold Brecht hielt die Untätigkeit in der friedlichen Schweiz nicht aus. Ab April arbeitete er in Paris mit Kurt Weil am Ballett »Die sieben Todsünden«, das am 7. Juni uraufgeführt wurde. In seinem Libretto zeigt Brecht ironisch, wie im Kapitalismus die Sünden ihre Bedeutung verändern. Wer dem Unrecht in den Arm fällt, den will man nirgends haben. Und wer über die Ruheit in Zorn gerät, der lasse sich gleich begraben. Wer keine Gemeinheit duldet, wie soll der geduldet werden? Wer da nichts verschuldet, der sühnt auf Erden. Währenddessen war Helene Weigel mit den Kindern nach Dänemark gereist, wo ihr die Schriftstellerin Karin Michaelis ein Haus in Svenbor auf der Insel Fühnen vermittelte. Das Haus mit dem Strohdach lag idyllisch am Meer, aber Berthold Brecht fühlte sich isoliert. Er konnte nicht allein arbeiten und lud Freundinnen und Freunde ein. Hans Eisler und Margarete Steffin kamen, auch Walter Benjamin. Berthold Brecht war in der ersten festen Station seines Exils angekommen. Hier entstanden wichtige Werke wie »Furcht und Elend des Dritten Reiches« und »Leben des Galilei«. Als der Zweite Weltkrieg begann, ging die Flucht weiter, nach Schweden und Finnland. 1941 schließlich in die Vereinigten Staaten. In Los Angeles litt Brecht noch mehr an der erzwungenen Unproduktivität. Finanzielle Unterstützung erhielt er durch Drehbuchverträge, aber keines seiner Projekte wurde realisiert. Wie der Autor sich damals fühlte, sagt sein Gedicht »Hollywood«. Jeden Morgen mein Brot zu verdienen, gehe ich zum Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein unter die Verkäufer. Nachdem Berthold Brecht 1947 ins Visier der Kommunistenjäger geraten war, kehrte er mit Helene Weigel nach Europa zurück. Nach fast 14 Jahren Exil. Wenn er neu in die Verkäufer再见 ist,